Für Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen ist der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer vertrauensvollen Beziehung zu ihren Patienten der Schlüssel zu einer effektiven Kommunikation und Patientenbetreuung. Wenn wir die Grundprinzipien einer guten Kommunikation anwenden, können wir bei den Patienten die Akzeptanz der Empfehlungen zur Mundgesundheit deutlich verbessern. Der erste Schritt besteht darin, eine freundliche Umgebung zu schaffen. Dazu gehört, dass man sich die Anliegen der Patienten aktiv anhört. Indem sie Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen, signalisieren sie ihren Patienten, dass ihre Gefühle und Ansichten wertvoll sind. Als nächstes ist es wichtig, mit den Patienten zusammenzuarbeiten. Beteiligen sie ihre Patienten an Diskussionen über ihre Mundgesundheit und erkundigen sie ihr Wissen und ihre Einstellung zur Pflege ihrer Mundgesundheit. Dieser kooperative Ansatz stärkt die Patienten und macht sie zu aktiven Teilnehmern an ihrem eigenen Mundgesundheitsverhalten.